Fritz Box bitte Mit Döner, Fleisch oder... Mit Döner, Fleisch oder wer am Passwort? Bist du behindert? Was? Alle, ich... ich will doch nur... Ich badge dich ein Ich badge dich ein Bruder, ich badge dich ein Was? Mit Schaf Ja Was? Das stimmt Ich geh zum Italiener, das reicht Ich geh zum Italiener, bestell du Ich spiel ne Lasagne Ich geh ein Lassen Das war's Das ist Story Das ist Story meine Kindheit Story behind the mori Story behind the glory Kissen ohne Ende Das ist cool, das ist Story Glory So, es ist kein Dramat, das ist gelb zu spielen Sturm und so, wie ich aufgeregt bin Ja und jetzt? Jetzt, ja? Ich gebe dir den Controller, wenn der erste Boss kommt Das ist doch der erste Boss, oder? Echt? Hier wir gehen, Sir Oh, damn Das war natürlich hart Oh, ich glaub das werden wir noch lange spielen Scheiße, ich kill ihn sofort Ich hab schon Skills Guck, ich träg die falschen Knöpfe und so Oh, ich hab's gewonnen Oh, ich hab' gewonnen Ich hab' gewonnen Ich hab' die Zauge gehauen sollen yes it's all good and yes yes baby yes oh damn bro near this without him boss blue flows in there blue flows carl most was so many shafts ich schaff das nicht oder was blut drehen karo muster so sieht die halle aus nein nein keine karo muster müster müster müßli kein lidl müßli Lidl müßli Lidl müßli Lidl müßli also was das ist das was so aus dem Sitzel immerhin muss man recht den Nenner der wurde fingert das ist gut gemacht ich sagte Die wissen da nicht, wo die hin sollen. Ja, dann mach halt den Finger dahin. Und springt aus dem Fett. Nee, oder irgendein Tester hat es gespielt. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ach. Oh, die können ja auch angreifen. Das ist dran. Das ist toll. Das ist toll. Das entschickt mich. Auch ein Rücken kann entschicken. Und der Rücken kann sich wicken. Nein, got him, spring weg. Ich kann dich begriffen. Aber jetzt. Nein, Rudolf, nein, aber jetzt. Shit, das geht schon. Totheit. Oh, die haben dich überhaupt. Die haben dich so getotetiert. Totetiert. Totetier. Totetier, Rudolf. Totetier. Du bist wie totetier. So hat meine Beziehung geendet. In der letzten. Du bist wie totetier. Im Bett bist du wie totetier. Immer wie wir haben Sex. Du bist wie totetier. Warum? Riecht genauso. Riecht genauso da unten. Ach, muss ich den nicht sagen. Wir wollen es einen bei der Arbeit, der hat gemeint. Das ist immer. Wenn die Moschee nach zwei Tagen nicht wäschen, dann stinkst du nicht wie Fisch. Du hast gesagt, es war eine bei der Arbeit. Ich habe diese immer so verprächtige Sack-übers-Zeug. Nicht die Chinesin? Nein, nein. Nein, der will sowas nicht. Ja, das sind Dinge, die lernt man über die Zeit. Ja, die ist auch immer so. Ach so, das ist eine Frau, die hat das gesagt. Ja, die meint ja auch so. Ja, das ist auch so. Ihr kratzt euch eh alle am Sack oder an der Wagen. Aber ihr gibts halt nicht so. Sondern riecht es eben. Ja, so wie jeder das macht eigentlich. So man kratzt euch am Sack und dann riecht man es. Oder die so, ja, Frauen sind nicht besser. Ich habe das beigebracht mit dem hier und jetzt verpiss dich. Wem? Ja, der, der, der Frau. Die lacht sich in den Arsch ab, die finden es voll geil. Trends muss man setzen. Trends in den Bands. Oh, das Auge ist gut. Oh nein, das Auge. Jetzt kann er nichts mehr sehen. Jetzt kann er nichts mehr sehen. Oh, man. Oh. Manometer. Manometer. In welcher Zeit würdest du gerne zurückkreisen? Ja, einfach in die Zeit zurück. In welcher Zeit? Ich bin voll viele, voll viele. Ja, ich bin alles hat was cooles, aber alles hat auch dumme Scheißzeit. You know what I'm saying. True, true. True. True, true blood. Ja. Ai. Ich weiß nicht. Wow. Ich schieße mal voll zurück. Voll zurück in Dinosaurierzeit. Voll zurück oder so. Ich würde gerne so. Was? Du musst genauer treffen. Du musst so ein bisschen deine Genauigkeit. Ja jetzt. Du kannst ja eigentlich gleich gehen. Ja, weil das Ding überhielt. Ja nee, guck mal. Wenn du dann eben guck. Ja, steck ihm ins Auge. Und dann kannst du, wenn er dann wieder aufsteht, kannst du ihm noch mal ins Auge. Ja, aber der macht so. Naja, aber nicht wenn du ein bisschen weiter weg bist. So ist der Kreislauf. Vom Leben. Kreislauf von diesem Zahnrad. Äh. Also. Von hab ich gelabert. Nee, ich würde voll gerne in so Dings. Aber du kannst mit dem Cat sprechen. Weißt du, wo ist die Cat? Ja, und draufklickst auf Select. Er ist Zeit besessen. Find ihn oder deine Zeit könnte kommen. Das ist voll cool. 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 Das ist ein cooler Bro. Das ist so eine Katze. Ich will ein Haustier, weil irgendwas abstrakt ist. Raccoon oder ein Frettchen. Raccoon. Oder ein Flying Squirrel. 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 Ja. People can't say the word Squirrel. Nee, Germans. Germans. Ja. 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 Squirrel. Ja. 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 Ich könnte es auch nicht aussprechen. Richtig qualitatives Video. Von deiner besten, besten Freundin der Mutter. Äh... Also nochmal zur Zeit, in die ich zurückreisen wollen würde... Würde wollen... 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 hätte hätte Fahrrad Schnette ne geh zurück ich glaub du gehst dann zu weit schick mal nochmal da oben, geh mal nochmal zurück da wo du warst vielleicht gibt's dann sogar Töpfe oder Zähne oder irgendwas aber das ist zu weit weg shit ich muss dich wieder da drauf gehen ich kann schon noch, ich muss das Ding wieder runter hören ok stimmt das kann ich dir vertrauen können wir immer trauen trauen aber nicht vertrauen ist was anderes ist was anderes oder ich will aber kein Scheiß also nochmal zu der Zeit ich würde gerne in die Zeit zurückreisen als du mich das gefragt hast genau ich fühle mich in die Zeit zurückreisen wo ich das angefangen habe ich würde gerne in die Zeit zurückreisen und die Frage nicht stellen ja nicht beantworten und dich die Frage nicht beantworten lassen ob ich war ich schwör wir weichen so schnell ab von dem Thema nein schon wieder jetzt erzähl nein zu der Jesus Zeit wenn du sagen kannst ich war da fiktor ja ich war da da war nichts gar nichts nee geh mal zurück null skills hat der Dude der Typ ich hab ihn abgecheckt der hat echt der hat nicht mehr gefloat gar nicht den Herren waren greasy ich hab ihm Armdrücken besiegt der Typ ist ein Lauch kein Zeits Jesus ist ein Lauch Jesus ist die größte Lauch ich denke ich in die Zeit zurück wo satan noch auf der Welt wo satan noch regiert hat was hast du regiert guck mal mach dich klein jetzt rege ich mal zu der Wand um wie hast du das gesehen achso nee aber die verschwinden aber die glänzen sie noch ein bisschen du bist ein Sneaky ufo snickers gelb juhu johann juhu ja was ist er spring noch mal drauf wie lange öffnet was öffnest du dann haben sie geöffnet soll wir haben wir haben eine lange nacht wird soll man hat eine lange nacht ja skills es geht spiel ist das noch mal für ein zeichen für u oder sowas also komme ich auch warhammer nein ist doch griechisch griechisch für warhammer du missgeburt ich klatsch dir irgendwann ein ich bin hier oben jährige ich habe irgendwas aufgemacht ja das so ich bin froh dass sie zu zweit spiel das spiel ist aufgehört der jetzt wieder auf die Saison die Rutschen im Kino ist keine Trau welchen Kinos es nur in einem neuen Kino und das war's Nebel in Freiburg gibt es nur ja wie oft warst du schon mal in Freiburg schon was und hast du dort studiert ich möchte nicht ich möchte nicht alles freigeben in Freiburg das war das war fail ich kann Uhrwerkbombe ja ui nice guck mal wie süß und tödlich gleichzeitig ich kann mehr Zeugen als Chris Angel das stimmt jeder kann mehr als Chris Angel das ist so stark das sind so Ultrawellen Schallwellen das ist cool wir sind jetzt in irgendein rostigen Becher Fundbüro sind wir Fund Fundbüro Hips Fund Hips Fund Letztens hat einer bei uns gezahlt mit Fund mit Pfennig das ist britisch und Geld ja habt ihr es auch auch genommen ja hab ich schon später gesehen dass es Fake ist ja Moment war das Fake? ja halt nimm doch kein Pfund fuck man will denn so Arsch ui es ist ein bisschen dunkel hier geh ruhig rein kleine geh ruhig rein kleine Maus hui so kriegen wir das wir werden noch alle im Bett geröstet Alice weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt was diese leicht entzündlichen Berge ich habe auch eine Passion für bedrucktes Papier und Puppen werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche oh Feuertür cool gehen wir da rein also schaust du durch die Scheiben oh da brennts wow richtig heiße Flammen ja ich geh mal rein heiße Chicks ich bin wahrscheinlich ich bin wahrscheinlich noch eine Gelder das sind wahrscheinlich heiße Chicks drin mixtapes ja mixtapes wie war mixtapes release party ja komm mal mixtapes geht einfach da rein wo es brennt ja man hört so oft über die Feuerwehr gell ja so wie release parties wenn du so Feuerwehrsirenen hörst dann dann spielt mein mixtapes und gut was ist das mach Pause mach jetzt Pause ok Pause und wir hören auf alright damit es spannender wird oh shit wir haben keinen Plan oh 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 fuck aah 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 schrei mit aah ok das reicht cool cool hot 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 oh hot hot